Musik Hallihallo meine lieben Leute und willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und die Kammer Schreckens mitten in der Lena. Ich bin gerade tierisch angepisst. Immer noch. Ja. Ich habe super tolle Laune, sage ich euch. Ich habe versucht, mich jetzt ein bisschen abzureagieren und ich hoffe, das wird jetzt einigermaßen was. Ich muss mal kurz hier auf mein Handy schauen. Und jetzt können wir weiter. Weiter, weiter, den Spinnen hinterher. Das hat uns Sagrid nämlich gesagt. Wir sollen den Spinnen folgen. Ey, du strickige... Was? Oh boy. Ja. Man sollte auch nicht in den giftigen Schneckenschleim treten, was? Ja. Wenn man nur noch ein Zipfel vom Blitz übrig hat. Hagrid sagte, folge den Spinnen. Ja, das hat Hagrid gesagt. So. Jetzt können wir das holen. Sieht ja sehr gesund aus. Naja. Uh, wie gruselig. Ich habe Angst. Uh. Hilfe. Ich habe schon einen leisen Verdacht, wo das alles hingehen wird. Das gefällt mir nicht so. Das wird doch wieder in ein blödes Minispiel ausatmen. Ich sehe es schon kommen. Vor meinem inneren Auge sehe ich es. Ui. Wir können unseren neuen Zauberspruch anwenden. Sonst war hier nix. Okay. Keine Bildkarte und kein Geheimnis mehr. Oh nein. Aua ey. Ein Zauberer der Ohl gegen die Spinner. Oh. Tod. Mensch. So eine große hatten wir aber noch nicht im Keller. Hm. Schade. Schade. Okay. Boah. Wir sind ja fast voll aufgefüllt. Ach. Äh. Ja. Incendio. Moment. Mein Handy. Zu der passendsten Zeit. So. Weiter. Muss ich später zurückschreiben. Das tut mir wirklich leid. Aber wenn ich aufnehme, nehme ich auf. Ich gucke dann nur zufrieden mal aufs... Oh yeah. 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 ik- Plank. In your face. Itsy-pitsy spider. Ah boom. so sehr gut wo gehe ich denn jetzt zuerst hin ich bin noch unentschlossen hier wäre ja zu leicht und hier sieht es aus als wäre es der richtige weg ich weiß nicht ich soll ja den spinnen folgen aber hier krabbeln gar keine mehr ich gehe erst mal hier rein kann ja nur eine falle sein oh sehr gut cool tja trinke ich jetzt schon ein ist noch nicht nötig ich heb mir den für schlechte zeiten auf das ist immer gut so auf einmal sind überall schokofrisch und sonst was sonst gibt es hier nie was einmal ein baumstumpf der sieht mir so nach secret aus ich kann da nicht drauf ne okay dachte man kann da so reinfallen wie bei einer röhre bei mario aber ich würde auch eine borne essen die aus einer schleimigen giftschnecke rauskommt ja ja ich gehe zu der stelle auf die ich zeige schau auf den wasserfall und du siehst das licht aber cool mit dem wasserverfahren So, tot, 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 toterer. Wow, komm ja gut voran, Mensch. Incendio, möge alles brennen, die Spinneneier wegbrutzeln. Oh, nö. Tja, ich glaub, wir kommen so nicht mehr zurück, aber schön sieht's irgendwie hier aus. Ich war überrascht, was ist das denn? Hä? Nein. Ah, ein Geheingang, wer hätte, oh, das gedacht. Flop. Frist das und dies und dies und jenes und das und überhaupt und generell und hier und da und. Huuu. Duell. Zeit für ein du-du-du-du-du-du-du-du-ell. Boah, sind die groß. Für die Dinger gibt's keine Hauspunkte, ich bin enttäuscht. Yeah. Motherfucking Harry. Yay, Bildkarte. Wow, ich hab Albus Dumbledore bekommen, ich hab vielleicht die bekommen, Digga. So tight und cool. Ähm, Select war's glaub ich. Harry Potter. Ja. Ja, Albus Dumbledore. Ja, Albus Dumbledore. Schuldirektor von Hogwarts. Sehr, ähm, ja, cool. Na, nicht das Folio Magie. Ah, ich könnte hier schon wieder einen Zaubertrank mischen, aber ehrlich gesagt brauche ich den gar nicht. Das ist gut. Wenn das wenigstens so wäre, dass ich dann, äh, ja, dass ich dann so ein Extra-Leben hätte, aber nein. So. Jetzt hier lang. Hm. Sieht ja, äh, äh, ansprechend aus. Wieso sind hier zwei Brücken? Oh no. Oh no. Was? Ich verstehe es nicht gerade. Fuck. Nein! Wow. Huh, das war knapp. Nein, Harry, nein. Okay. Das war ganz schön tricky. Wie viel das einfach vom Blitz abzieht. Das ist unglaublich. Hi, na? Flops. Blöde Spinnen im Blöden. So. Schön alle wegklatschen. Blöde Spinnen im Blöden. So. Schön alle wegklatschen. Blöde Spinnen im Blöden. Das ist mein Handy schon wieder. Mensch. Aber diesmal hört man zum Glück, ihr habt keine Störgeräusche. Ihr habt recht. Ist das nicht schön? Schön. Der Baum ist auch echt seltsam. Welcher Baum wächst so? Tut so wachsend. Tut so wachsend. Tut so wachsend. Yay. Verdimilius. Ah geil. Sie sieht aus wie ein herrisches Alpträumen ey. Aber cool gemacht irgendwie. Oh. Oh. Ach du scheiße, toll. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ui ttttti. Finde ich halt jetzt sogar gerade gar nicht so cool. Oh je. Oh boy, av Dag! Was? Seriously? Boah, Leute. Bevor ich das mache, muss ich ganz tief durchatmen und dann... Oder mache ich das jetzt noch? YOLO. Ich hoffe, der kommt hier nicht rein, sonst habe ich ein kleines Problem. Fehlt nur noch, dass er zu seiner brennenden Fackel noch eine Mistgabel hat. Nervtötend. Einfach nur nervtöten, sowas. Natürlich geht's noch stundenlang weiter. Oh, Deus. Junge, Junge. Das ist ja immer sowas von nervig. Wo gehen die jetzt lang? Okay. Mal schauen. Oh boy. Boah, was? Wie lange geht die Kacke? Arschlecken. Ich lauf einfach durch. I'm tired of this shit. Ganz ehrlich. So, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns aber auch erst das nächste Mal wieder. Ich kann natürlich nicht die Kacke überspringen. War ja klar. Oder stoppen. Doch, kann ich. Ha! Gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es mal wieder heißt, Harry begibt sich in Gefahr. Haha. Spaß, Spaß, Spaß. Wie dann. Äh, wie dem auch sein. Sein mag. Äh, was? Ich rede schon wieder nur Blödsinn. Das Spiel macht mich total fertig. Also dann, viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Wünsche euch auch allen schon 93. Tschüssi.